Schade, Martin. 0 zu 2 auswärts in der Lage, aber Leipzig heute der verdiente Sieger. Siehst du es genauso? Ja, wir haben nicht viel strebig nach vorne gespielt. Das, was uns auszeichnet, das Umschalten und die Aggressivität in den Zweikämpfen, haben wir nicht zu 100 Prozent auf dem Platz gemacht und von dem her muss man Leipzig zugestehen, obwohl sie auch nicht bei 100 Prozent waren, aber wir hätten besser spielen müssen. Wir können das auch besser, haben wir gezeigt und deswegen verlieren wir heute 2-0. Leipzig in ihrem eigenen Stadion mit einer unheimlichen Qualität haben es heute sehr, sehr gut gemacht und Timo hat mir auf dem Platz auch bestätigt, dass er heute ein absoluter Top fuhren muss und dass sein bestes Spiel in der Saison war und von dem her war es leider bitter heute. Wir haben leider die Anfangswelle, wo wir mit gerechnet haben, dass Leipzig schwungvoll anfängt, konnten wir leider nicht überstehen. Wir bekommen, glaube ich, zu früh das Gegentor nach einer Standardsituation wieder, was sehr, sehr ärgerlich ist. Ja, wie gesagt, wir haben uns heute nicht hundertprozentige Möglichkeiten rausspielen können, wie wir es vielleicht die letzten Wochen gezeigt haben. War, glaube ich, auch aufgrund des frühen Rückstands, haben wir mehr den Ball gehabt als erwartet. Wir wollten eigentlich tief gestaffelt stehen, uns auf unsere Stärken besinnen, da immer wieder schnell zu kontern und das wurde dann leider alles in den Haufen geworfen durch den frühen Rückstand. Leipzig hat über 90 Minuten richtig Dampf gemacht. Wie schwer war es, gegen dieses wendige und schnelle Leipzig-Spiel anzukämpfen? Sehr schwer. Ich glaube, das weiß man, dass sie eine unheimliche individuelle Qualität haben und sehr schnell auf den Beinen sind. War natürlich schwer. Ja, wir haben leider verpasst, dass wir mehr nach vorne kommen, dass wir mal so eine richtige Phase haben, wo wir Dauerdruck erzeugen. Wie es in den letzten Spielen schon oft der Fall war und das haben wir leider nicht geschafft. Warum es gelegen ist, das kann ich jetzt nicht genau sagen, das müssen wir uns mal anschauen, aber ja, heute geht nichts zu holen. 15 Freitagspiele gab es bisher für den FCA in der Bundesliga, nur eins konnten wir gewinnen. Die Statistik sieht nicht sehr gut aus. Woran liegt es? Warum klappt es am Freitagabend bei Flutlicht nicht? Ja, wir haben schon eins gewonnen, das zeigt, dass wir es doch können. Also ich halte nichts von Statistiken oder von guten Omen, schlechten Omen. Wir haben heute auch nicht verdient gewonnen, das hat sicher nichts verdient verloren, das hat sicher nichts damit zu tun, dass wir Freitag gespielt haben. Keine Ahnung, vielleicht ist es ja hoffentlich das Letzte und dass wir uns wieder auf unsere Samstage und Sonntage konzentrieren können. Und dann wird es schon wieder hin, an die nächsten Spiele. Kein gutes Ohr am Freitagabend, aber ich glaube, wir müssen heute einfach gestehen, dass wir gegen einen sehr, sehr guten Gegner gespielt haben. Ich glaube, es hat nichts mit dem Tag zu tun. Das ist natürlich eine nicht so schöne Statistik, aber ja, ich kann da auch nicht zu viel jetzt zu sagen. Ich kann einfach nur aufs Spiel gucken. Wir haben ja alles versucht wieder, haben wahrscheinlich heute nicht unseren besten Tag gehabt, aber wir können rundum zufrieden sein, bis jetzt, wie es gelaufen ist, haben jetzt, wie gesagt, ein wichtiges Spiel am Sonntag gegen Stuttgart und das wollen wir unbedingt gewinnen. Ja, natürlich VfB, da bin ich groß geworden und das ist immer noch mein Verein, sage ich meine, das reicht immer noch im Herzen und freue mich natürlich da auch auf alte Bekannte und auf einen sehr speziellen Verein für mich. Wir wissen, was wir daheim drauf haben, haben das ja letzte Woche gegen Frankfurt gezeigt und jetzt müssen wir wieder alles daran setzen, dass wir das jetzt auch wieder gegen Stuttgart zeigen, dass wir da wieder drei Punkte einsammeln, dass wir wieder mehr auf dem Konto haben, dass wir den Anschluss nicht verlieren, nach vorne und den Abstand nach hinten halten und das wird ganz wichtig sein, deswegen volle Konzentration ab morgen auf Stuttgart.